Ja die Mähäpte ist mega, das sponnt nämlich wieder Gold in der Base. So kommen wir wenigstens auch immer noch mal zu Gold. Ja und damit dein Herzschwitz kommt zu einer weiteren Folge Bad Wars. Das hasst dich. Die Geier nur. Nur am Gein. In die Mähä. Die, die ich nur ran. Verleih mich. Wer hebt in der Ananas ganz tiefe Meer. Ja merkt man wie, 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 wie richtig kindisch diese Leute sind. Unserer schreibt doch noch zurück. Zuerst ja noch ein, äh nicht dein Ernst. Da muss man ja antworten drauf. Der will sich das erste Eisen holen. Schafft es aber nicht, weil ich habe es mir gesnackt. So ein Boss. Hat einer von uns gequittet? Ja einer von uns hat gequittet. Hans Dampf. Was ist ja ganz witzig. Keine Ahnung, ist der Hans Dampf. Soweit da waren die von uns witzig hier. Nein, kann. Hans Dampf. Hans Dampf. Ich bin 8. Du bohr. So halt schon. Musst du nicht schlafen gehen. Ja, wir sind 12. Boah, der ist 8. 14. Ah, 17. Ach, Alter. Wir sind nicht zufällig rot. Doch, wir sind rot. Shit. Doch, sind wir rot? Ja. Wir, äh, gefragt hat, wer wohnt in der anderen, das ganz tief im Meer. Habe ich ja vergessen, Edwold zu machen. Zu Bett, sag ich raus. Hey, bist du dumm. Ich meine Moneyboy. Wo steht eigentlich das Bett? Gleich direkt an der Schnauze. The fuck. What does the book say? Jo, man kann es ja übertreiben mit den Staggen hochbauen. Das gleiche habe ich mir auch gedacht. Wie schaut es bei dir an? Wo bist du? Ich bin bei Team Grün. Ich, 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 ich rasierte. Ich darf jetzt runterspringen. Ich habe deinen Weg zu Team Grün gemacht. Oh. Hoppala. Ein bisschen laut geschrien, oder? Ähm, mein, 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 mein. Lappen, Alter. Äh. Sorry. Ey. Piss dich. Nein, wo ist das Bett? Runter von meinem Rasen. LOL. Was ist? Er steht, ich bin an dem Bett vorbeigelaufen. Ich frage mich, wo das Bett ist. Und die, er, er steht einfach schon drauf und wartet, dass ich es abbau. Oh, ein Hubschrauber ist gerade vorbeigeflogen in Minecraft. Mist hat sich das machen gehört. Kommt der? Ja, es kommt ein roter zu uns. So, also, ich, übrigens habe ich das Bett vom Team Grün abgebaut, ne? Nice. Nice. Nice, nicer, nicer. Sieben Gold in Giste. Ich habe keine Grow weggespannt. Was? Wen hast du? Ich habe Grow. Grow, hä? Ja, Grow. Also, der hat vielleicht ein Pandaskin gehabt. Ich, ich meine, die Grow-Maske. Die hat die richtig gut ausgeschaut. Seit man hat die Minecraft. Jo, Hans Dampf ist gestohnt. Der arme Hans Dampf. Was ist mit den gelben? Hans Dampf, du bist du. Echter Hans Dampf. Schneller hoch. Bist du in dir, Team Rot? Ja. Lol, Alter. Ich habe einfach mal ein Bett abgebaut. Wow, unser Bett ist ja richtig gut wieder eingebaut. Ähm, der von Team... Ich wollte das noch schnell abbauen. Aber nix da. Nix da, du Wichs da. Nix da, wer Wichs da. Boah, als wäre ich fast untergeflogen. Untergefliegt. Oh, hallo. Hans Dampf. Das neuer Insider jetzt. Du stellst dich so in der Schule vor. Wer heißt du? Hans Dampf. Hans Dampf 07, oder? Der lebt ja gar nicht mehr. Nee, der ist vorhin gestorben. Habt der nicht ich getöte? Hä? Habt der nicht ich... Ich weiß nicht. ... aus der Welt geschaffen? Wo ist eigentlich Team Gelb? Der ist abgenippelt. Also Team Gelb ist... Team Geld. Ja, abgenippelt. Das sagt man wirklich. Oh, lol. Ihr belagert sich also schon halber Team Gelb. Statt, dass immer einer einfach so in die Bates rennt, belagert sie es mit Bogen und das Ganze. Die haben eh keine Bögen. Doch. Scheiße. Oh, nice. Einmal getroffen. Jawohl. Oh, nice. GG. 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 Yeah, Hans Dampf. Du bist der Best. Wollte springen. Ja, Pech. Ja, Pech. Tertadius. Achso, er wollte runterchampen so, freiwillig. Ja. Das ist bambar, aber... Ja. Das schreibt nach einer zweiten Runde, oder? Vier mal sechs. WTF? Okay, da gehen wir nicht rein. Okay, die sind die Lieblingsmets von Daniel. Ja, da schreibt nach einer zweiten Runde. Da sehen wir uns gleich... Oh, ein Homa. Da sehen wir uns gleich wieder. Ciao. Hallöchen, Leute. Herzlichen Glückwunsch. Verlieren sie das so? Lol, bei mir sind schon wieder alle unsichtbar außer du. Bei mir auch. Ja, ich sehe dich. Aber die anderen nicht. Das ist komisch. Mir steelt die ganze Zeit, wer das braunste. Mir steelt... Oh. Da ist ein... Pädobär. Green Lantern-Bär. Boah, ich sehe da viel. Ja. Scheiße. Wir haben einen Bär und einen Tiger. Einen Professor und einen König oder was. Loll, bei mir lade ich das aber auch nicht. Jetzt. Bist du schon am rüberbauen? Ja. Wie viele Blöcke hast du noch? Reicht das? Über 30. Ich glaube nicht. Ich sehe Team Road. Ich habe ein Schwert. Da drüben, die baut... Hä? Die wollen sich, glaube ich, eine Festung oder sowas bauen. Opfers. 4, 3, 2, 1, go. Komm sofort mit 9 Blöcken nach. Wie viel hast du? 10, 9, 8. Okay. Wenn es geht, bis zu euch auch uns Postplotten. Okay. Ja, schau... Der ist equipped, ja? Der ist voll equipped. Schaut, dass er mal die anderen herlässt. Manche Leute regen mich so auf. Der steht da und will noch mehr. Der will mehr. Mehr. Ich helfe dem Typen da drüben gleich. We are the heroes of Dardai. Hero, aua, aua. Oh, aua. Hat keine Hilfe verdient. Hallo, P, du B, Green Lantern, B. Och, Entschuldigung, ich bin am Mikro angekommen. Hartstampfer, ich meine, Leon Crack. Ich baue dich weiter. Der ist auf Crack, der Leon Crack. Ich habe eine Eisenspitzsacke. Sag mir, wann ich dort bin. Grüß Gott. Oh, er hat der Knockback. Der Monty Python Player 2. Hallo, sie möchten sterben. Was macht der? Der farmt weiter. Jawoll. Zwei viel. Zwei viel. Hans, dumpf. Hans, dumpf. Oh, fuck. Noch eine zweite. Noch eine dritte Runde. Weil die jetzt schnell ging. Nice, GG. Er liegt auch an mir. Das ist GG. Wollte Bo bauen. Boah, interessiert sowas von keinem. Ein Bauern auf jeden Fall. Da sehen wir uns gleich wieder. Ciao. Hallo, Leute und herzlich willkommen. Oh, mein Gott, nicht die Map. Schau, ich bin hier. Brauchst du die mit der ich holte zu euch weiter, dass es mir umgekehrt ist? Okay. Die Map ist cool. Ich finde die Leiband. Das ist mir ein Map, wo man... Und du seht schon wieder Team Rose. Weißt du auch das Fail-Video, was ich dir geschnitten habe? Ja. Nein, das lade ich nicht hoch, weil es ist... Jetzt kriegen wir gleich drei Strikes in zwei Sekunden. Das wird's ja doch so gesperrt, wenn wir das hochladen. In jeden sind... Da waren locker 30 Clips. Und in jeden habe ich... Das ist einmal... Der Huren-Bieb gesagt. Warte, ich bringe ein Schwert. Hör kurz auf. Nein. Oh, ein Schwert. Oh. Was ist? Geht schon. Oh, Alter. Das bin ich der Eck. Bei mir hat's kurz gelangt. Ich höre nicht auf einem... Du, du, du. Du, du, du. Ey. Tanz dampf. Jetzt geh doch auf. Du suchst Stress oder was? Ich hab Stress gefunden. Ich suche nicht. Warte. Bleiben wir gleich so lange in der Base? Dann wunderst du dich, wenn ich immer sterbe. Ja. Du drehst wieder um. Ja, bleib da. Können wir gleich... Ähm. Ich muss schon in die Base. Geht schon. Ein Furekort geht noch, weil dann kann ich mein Eisenschwert und ein... Ein Bow. Ein Bow. Ein Bowchen. Ein Bowchen. Ich bauch... Das ist ein Furekort. Lauf schneller. Lauf... Noch immer schneller. Lauf... Lauf... Schneller... Lalalalalal... Hans Baum. So. Du provozierst mich echt so lange, bis ich auflege, oder? Alter, das ist nicht... nicht einmal... witzig. So, Eisenschwert bei Ocean. Stell ich mal von Lord Bugs jetzt das Gesicht vor und dann noch dazu den... Nein, nein, nein! Nicht das Eisen. Ah, nicht das Gold. Das hat so lustig geradeaus gesagt. Ey, da kommt Gelb, ey. Keiner trifft den Weg. Hä? Schup. Na, was machen die? Boah, danke, du hast mir. Ja. CS Rescued. Ja. Team Blau will Stress oder so. Oder so. Team Blau... Ist keine Frau. Und was macht Team Grün? Der läuft einfach hinunter. Nein, nein. Lol, der ist gerade eine Route gejumpt oder so von rechts. Nicht, dass du dich erschreckst oder so. Lol, der ist drinnen? Hä? Wird der das gemacht? Der hat einen Bogen. Ein paar Rüschen. Ja. Er ist schon tot. Ich glaub, der hatte kein Schwert. Oh, der hat Rüsse, aber... Nein! Dieser Wixer. Man, die mit den scheiß Knüppeln. Ohoho, Daniel. Sehr lieber Lass. Mann, das ist... Ist so gut. Und wie schaut's bei dir aus? Skype. Jawoll! ... Wenn du mich nein der kam ja ja jetzt bin ich schon tot also aus welchem loch kam denn bitte aus dem gelben loch warte ich komm wir müssen jetzt kurz die mitte bekämpfen bis ich wieder ein bogen und eisenschwert habe sie noch in der mitte ich bin bei unserer base oder so bogen ist schon mal drinnen hallo hallo tut mir leid mit den lustigen skin kraft des handstapfes bist du in der mitte leicht im skype ist abgestützt land ja das ist nicht so schön koko kommt ganz schnell zu geld ganz ganz schnell gelb ist drüben ganz ganz schnell haben halt ich habe ein halbes jetzt zumindest dass ihr das ist sie so oft gekillt hast wenn sie am halbes jetzt ja ich heiße maria ja jawoll ich habe nichts ich habe nämlich ich habe dort noch ein ein dings gemachten eisenschwert du bist doch krepiert nein nein liebst ja er liebt das war lollig komm wieder in die mitte ab in die mitte ab in die goldenscheine was wenn du mich davor noch ein bisschen beschützt weil dann ich habe ein halbes herzchen warte nicht dass du sagst dass ich dich in stich lasse warte eine eisenspitzsacke für dich die andere rüstung brauche ich nicht ja das ist das lol ich habe den getroffen ich habe einfach so random zu grün geschossen werde dort oben gestanden sie haben dann am schluss noch getroffen leben die noch ja das ist gelb lassen das geld auf wiedersehen ich bin fast tot zu machen braucht man nicht dann lass uns grün gibt es nicht mehr dann lass uns zu oder es gibt nur gelbungen wir bleib da warte schon hast du den bogen es liegt es liegt dann glaubt er es liegt ich will sie mit dem bogen an und stelle ich daneben hin die prämiert die runde des hohls sagt das nicht dann das ist ja schon mal ansporn jetzt schon zu gelb zu retten oder das so ist wenn das so ist ich habe kein einziges mal getroffen wie in die mitte gelaufen ist aber es lebt noch einer von team gelb ich weiß nicht wo die ist einer ist in der mitte der glaubt er möchte zu uns dann hat er doch keine lust gehabt okay der eine ist da und wurde zweite von der andere glaubt ach du heilige jetzt weiß ich auch wieso es so legt bau nicht um jawoll alter jetzt weiß ich auch wieso ich gut so ein leg hatte ja leute wenn euch diese drei flotten flotten wenn euch die drei runden gefallen haben dann sehen wir uns sie schreiben nicht gut game z jse sieben spänner nun auf 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 auf